Ich würde, dass er als Wertvollstes ansehen, dass man hinfallen kann, da lernt man auch sehr viel draus und dann aber sofort auch wieder aufstehen kann. Daraus ergibt sich schlicht und einfach eines, was auch eine Grundlage des Ganzen war, man hat keine Angst mehr vor dem Hinfallen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe angefangen beim Herrn Schultheis in der Garage als seine eigene Assistentin, da habe ich eigentlich alles mitgemacht, Buchhaltung, Rechnung, Korrespondenz, Schriftverkehr, alles. Für mich persönlich schätze ich die moderne Arbeitsweise in Richtung Digitalisierung, was im Bau ja doch noch sehr stiefenmütlich behandelt wird, wird hier sehr stark forciert. Zuerst zu dritt und dann zu fünft und dann zu zehnt, also es ging schon relativ schnell, also die zehn Jahre sind jetzt eigentlich schon wie geflogen. Wir haben natürlich noch viel vor uns und wir können noch an vielen Dingen schrauben und zulernen. Wir sind voll dabei, aber die Mannschaft ist unwahrscheinlich gut ineinander verknüpft und miteinander vernetzt und miteinander verbunden. Wir haben ein tolles Betrieb geschrieben. Es macht mir jeden Tag Spaß hierher zu kommen, muss ich wirklich sagen. Die Rückkopplung ist da, auch der Rückhalt. Da ist einfach eine Basis, ein Vertrauen da, ansonsten geht sowas nicht.